Schau mal Lukas, wenn du dich jetzt filmen und ich weiss nicht weiss welchen Wegen sie dich filmen will, dann habe ich jetzt die Kamera ab jetzt. Das ist ja spannend im Fall. Da ich dich jetzt voll am Filmen bin, ist echt krass im Fall, dass ich dich am Filmen bin. Jetzt müssen wir jemanden auf den Leck geben, der ist recht stark. Wie ich merke. Leonie ist im Gegenlicht und auch recht stark. Ich probiere dir die Muckas zu zeigen, dann muss ich ein wenig wegzaumen. Sehr schön. Wie man sieht, haben wir es hier bei der Mue einfach nur schön. Wir sind Tobago-Kies. Und die Sonne scheint. Schon am Abend. Und wir packen Lukas und Kokosnüsse aus, den wir heute gesammelt haben. Hier sind noch die restlichen. Die Leonie hat gerne die braunen, die anderen gerne die grünen. und wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.